Eisele und ETIM sind zusammengekommen durch einen externen Berater von ETIM, der uns die ganzen ETIM-Produkte vorgeführt hat. Und somit war der Entschluss relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall ETIM-Produkte bei uns einsetzen werden. Eisele produziert Pumpen und Rührwerke und wie man auch sehen kann, sind das sehr, sehr massive, schwere Teile, angefangen von 10 kg bis hoch zu 50, 60 kg. Generell muss man sagen, haben wir recht hohe Anforderungen, was das Gewicht der einzelnen Teile betrifft. Der Bedarf war einfach an diesen Profilrohrsystemen, die uns sehr gefallen haben, einfach auch das Gewicht, das diese Profilrohre aushalten müssen. Und da stellt ETIM für uns ein exzellenter Partner her. Die Ansätze waren folgende, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen unsere komplette Montage neu gestalten. Ergonomische Arbeitsplätze waren eine Thematik, aber auch rein vom Prozessablauf in der Montage mussten wir einiges tun. Da, wo wir jetzt stehen, waren früher Werkbänke, lange Holzwerkbänke, auf denen montiert wurde. Die ganzen Geräte sind darüber gelaufen und es war einfach unübersichtlich. Heute sind wir mit ETIM so weit gekommen, dass wir sagen, wir haben ergonomisch ausgerichtete Arbeitsplätze, die sehr, sehr übersichtlich sind und sehr, sehr effektiv, was Material entnahm und letztendlich die ganze Montage betrifft. Wir haben jetzt mit ETIM die Möglichkeit eben, dass der Werker selber Änderungen an seinem Arbeitsplatz vornehmen kann. Er kann sich den Arbeitsplatz selber gestalten und letztendlich ist es auch für die Monteure einfacher, weil der Werk im Prinzip einen kompletten Überblick kriegt über sämtliche Materialien, die er in diesem Regalsystem von ETIM hat. Wir bauen grundsätzlich auch die ganzen Werkzeugwagen und die Materialwagen aus ETIM, sodass wir einfach einen Standard implementiert haben mit ETIM. Wir haben mit ETIM einfach eine wirklich hohe Flexibilität. Ich kann alles erdenklich Mögliche mit ETIM bauen. ETIM. Ihre Ideen sind es wert.